Wir haben natürlich jetzt so viele Erben wie noch niemals in der Geschichte der Menschheit. Das muss man natürlich auch mal so wirklich sagen. So, dann gibt es den einen oder anderen Erben auch, der sagt, mir egal, ich verkaufe mein Erbe an XY Personen. Und das ist natürlich möglich. Ich kann natürlich meinen Erbanteil verkaufen. Was ich hier wiederum beachten muss oder auch wissen muss, die anderen Erben, die Miterben, haben das Recht dann in meinem Verkauf. Es muss ja notariell erfolgen, in diesen Kaufvertrag einzusteigen zu den gleichen Bedingungen, an denen ich das verkaufen würde. Also die Möglichkeit besteht. Da gibt es eine Zwei-Monats-Frist. Aber im Grundprinzip kann ich mein Erbe verkaufen.